Was ist der Unterschied zwischen einem Elektronzephalogramm und einer Elektromiografie? Sowohl ein Elektronzephalogramm als auch ein Elektromiogramm werden verwendet, um die elektrische Aktivität im Körper zu messen. Der Unterschied zwischen einem Elektronzephalogramm und einer Elektromiografie liegt jedoch in genau dem, was Sie messen. Ein Elektronzephalogramm misst die elektrische Aktivität im Gehirn einer Person, während einer Elektromiografie die elektrischen Impulse in den Muskeln einer Person misst. Beide Diagnosetests werden mit Geräten durchgeführt, die die elektrische Aktivität aufzeichnen. Ein Elektronzephalogramm beinhaltet jedoch die Verwendung von an der Haut befestigten Elektroden zum Aufzeichnen elektrischer Impulse, während bei einer Elektromiografie Nadeln in die zu testenden Muskeln eingeführt werden. Der Hauptunterschied zwischen einem Elektronzephalogramm und einer Elektromiografie besteht darin, was Sie testen. Während beide zum Testen der elektrischen Aktivität oder der Impulse im Körper des Patienten verwendet werden, wird jeder Test für einen anderen Körperteil verwendet. Ein Elektronzephalogramm wird verwendet, um die elektrische Aktivität im Gehirn eines Patienten zu testen. Um diesen Test durchzuführen, bringt ein Arzt normalerweise Elektroden mit einem nicht-toxischen Klebstoff an der Kopfhaut an, der nach dem Test von der Haut abgewaschen werden kann. Die Elektroden werden an einen Computer übertragen, der die elektrische Aktivität des Gehirns analysiert. Im Gegensatz zu einem Elektronzephalogramm wird eine Elektromiografie verwendet, um die elektrische Aktivität in den Muskeln eines Patienten zu messen. Um diesen Test durchzuführen, führt ein Arzt Nadeln in die Muskeln eines Patienten ein. Diese Nadelelektroden sind in der Regel klein und fest im Inneren und sie sind normalerweise mit einem Verstärker und einem speziellen Bildschirm verbunden. Mit dem Verstärker und dem Bildschirm kann ein Mediziner die elektrische Aktivität in den Muskeln einer Person analysieren. Ein Elektronzephalogramm und eine Elektromiografie unterscheiden sich auch darin, wo und von wem sie durchgeführt werden. Ein Elektronzephalogramm wird typischerweise in einer neurologischen Klinik von einem Elektronzephalogramm-Techniker durchgeführt, obwohl die Ergebnisse normalerweise von einem Arzt analysiert werden. Eine Elektromiografie wird dagegen häufig in einem Elektromiografielabor oder einer Klinik von einem Elektromiografen oder einem Neurologen durchgeführt. Beide Tests werden auch in Krankenhäusern und Arztpraxen durchgeführt. Wenn man den Unterschied zwischen einem Elektronzephalogramm und einer Elektromiografie betrachtet, kann man auch die Zeit in Betracht ziehen, die jeder Test benötigt, um abgeschlossen zu werden. Ein Elektronzephalogramm kann durchschnittlich ein bis zwei Stunden dauern. Eine Elektromiografie hingegen dauert in der Regel etwa 30 Minuten bis eine Stunde. Die Zeit, die ein Elektronzephalogramm oder eine Elektromiografie benötigt, kann von der Person abhängen, die den Test durchführt, und von der Mitarbeit des Patienten.